Moin und herzlich Willkommen zu einem neuen Video! Spielt einfach so an, fährt ihr in der Solo-Queue, nur dass ihr jetzt noch 3 Leute dazu habt. Du weißt nicht viel! Das hat gut funktioniert bis dato. Die letzten paar Runden, die ich mit dir gemacht habe, die gingen. Ja. Siehst du, also Klappe, Mann. So. Alter, seid ihr so fies. Serie haben wir raus? Alright. Das ist sehr, sehr gut. Nice. Die haben Hard to see, das heißt obligatorischerweise unten cleanse mit ihm, denke ich, ist das Beste. Cleanse? Ja. So. Also nicht du, du kaufst für den ADC, also das Item. Ne. Aber unser ADC sollte am besten cleanse dabei haben. Soll ich jetzt einen cleanse mitnehmen oder wie? Äh, wenn du nicht vom Malzer Seju und so weiter Permacissiert werden möchtest ja auch. Äh, Malz, äh, geht nicht mit Cleanse. Ne, ne, aber Seju, äh, wen haben wir nicht hier? Medium macht das ja auch. Jorik weiß ich nicht. Jinx. Dann prob' ich mir einen Curious SD. Oh, das geht auch. Das kannst du machen, wenn du möchtest. Ja. Trink dir. Dann gehe ich für... Who died a ghost. Ich glaube, ich gehe hier Hardsteal. Ging nach einer guten Idee, ja. Ich glaube, bei mir heißt es Gale Fossilis und QSS Second Item. Ich hab' jetzt fast mein Glas umgeworfen. Pain, Pico. Hm, aber alles gut. Okay. Stimmt, hier war ne Jinx Bane. Ja, der Name. Ja. Okay, tipptopp, jetzt weiß ich, was Video macht. Und? Kommt klar, oder? Kommt klar. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Ich bin Lila. Super. Super. Ja, ne, den brauchen wir nicht. Aber wir sehern zumindest ein bisschen die Seiten ab. Eine müsste hier stehen. Okay. 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 Ich denke tatsächlich, wir haben ein super Late-Game-Team. Zwar haben die das auch mit Jinx, aber wir dürfen allgemein schon durch unsere ADCs und Tanks super durchballern können. Hm. Oh, die haben auch nicht einen Wave Setup. Hm. all right die er sieht mich auf den obligatorischen level 3 jinn mit rome auf die botnen man kann die man liebten danke sehr dürfte early jetzt gerade topzeit unterwegs sein gleich weiß nicht wo sie angefangen hat ich denke aber zeit okay 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 Nein, jetzt haben wir einen sehr low. Nein. Aha, warum buffert das? Mein Lieben. Warum buffert das dein Leben? Ja, verstehe ich. Erkennst nicht, wenn das immer das Leben buffert. Ich hätte einen Killer haben können. No. Aber ich habe mich selbst weggeschossen von ihm. Jetzt hat die Pyrrhos. Geh weg. Er ist gerade deep worden. Kann das sein? Er wollte mich verändern. Ich halte die Pasha mal auf dem Malzahn. Ich konnte gerade noch nicht romen. Deren Jungle dürfte gerade Topside sein, ne? Aufpassen. Oh, sehr schön gespielt. Jetzt ist es so raus. Ich habe Flash und die Gneide. Ich dachte, ich habe die P-Gneide. Das ist schlecht. Aber meinst du Flash, ne? Okay. Macht man das Beste raus. Ja. Jetzt Clance raus. Meister mit einem Mist tatsächlich. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich kann nicht mehr fighten. Ich habe keine Ahnung mehr. Geh wrong. Hab Zeit. Ähm, Bot End. Können wir jetzt ganken. Ganz fix, Emma. Einfach rein, direkt. Ganz direkt rein. Okay, vielleicht raus von Jinx. Das ist fein. Der muss gehen. Ähm, als hat Milano's gepusht. Pushed seit... Uh. Ja, den haben wir. Er dürfte nach oben aber rausmoven, ne? Mhm. Einfach dem Jungle entlang gehen. Dann kommen wir hinterher. Ja. Perfekt, super. Nice. Jörg, Jörg, Jörg. Ganz gehen, ganz gehen. Ganz gehen, ganz gehen. Ich mach das. Ja. Seju kommt. Good job. Jörg ist hier. Seju da. Ja. Ich komm. Wenn du magst, ich Seju. Gewinnen wir den Fight. Ich bete. Ich hab ihn gecancelt. Ich wollte ihn dir lassen. Was? Nein, nein, nein. Ich wollte ihn dir lassen. Ich hätte ihn gar nicht genommen. Ich bin schon umgedreht, wenn mein Q flogen ist. Okay, okay, okay. Es ist gut, dass du ihn genommen hast. Sonst hätten wir ihn nicht gekriegt. Alles klar. Er hat extra noch meinen Schuss gecancelt, aber der ging noch durch. Nee, nee. Ich bin nur für den, ist jetzt reingesprungen. Mir geht's gut. Alles klar. Ist perfekt so. Passt. Hätte ich wissen sollen. Ja, doppelt halt besser, ne? Ja. Zwei Augen sehen mehr. Als deine Augen. Meinst du, ich bin zwei Augen Paare? Wie bitte? Bei Augen Paare? Nee, 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 nee. Bin ne Watch. Achso. Ah, okay. Ja, Paare ist auch mega. Ein Typ mit einem Auge zieht weniger als zwei. Oh, die sind gerade aggressiv as fuck. Okay, ich bin tot. Der dumme Sack. Ich krieg ihm Leser. Schmutz, Alter. Ich weiß einfach noch nicht, was ein Video macht. Er wirft seinen komischen Ball hier. Und hat zwei Schilder. Auf der Eben. Ja, genau. Er hat eine Fähigkeit mit... Ja, genau. Dieser Kreis, was er place hat. Mit einem höheren Range. Angreifen und so. Oh, bitte. Der Yorick muss nur ein bisschen weiter greenen. Ein bisschen... Nach der Wave geht der Base safe. Das ist Sacki, Sacki. Die haben hier raus. Okay. Versuche auch danach direkt nach unten wieder zu move'n. Oh, was ist denn? Äh, das ist Big Wave, sorry. Oh, die gehen ja schon berg unten, ne? Scheiße. Die sind so schnell. Emilio eher auch noch. Geht auch noch, glaub ich, ein paar. Okay, hol mir die Mainzer gleich nochmal mit da und dann versuche ich dir beim Drex zu helfen. Was ist jetzt schon? Ist der du jetzt bei mir jetzt? Okay, sehr gut. Oh, Meister ist miss. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Lieber war er jetzt nicht mehr in der Mitte. Weiß auch nicht, ob er geflasht ist. Achtung, Achtung. Crystal, du bist da. Ja, bin ich am Weg. Die hat Ult noch. Oh. Das soll ich wissen, warum wir haben. Scheiße. Nur generell versuchen wir das immer zu callen. Also wenn wir es nicht gecallt haben, dann hat sie es auf jeden Fall. Äh, jo, Mist, das wird jetzt der Drake. Wir kriegen das aber trotzdem noch hin. Versuchen auch hier einmal kurz mit auszupuschen. Okay, Mist. Ich glaube, es wird nichts, ne? Geben wir ab. Oh. Ich bin auch im Weg, aber... Ne, 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 das ist das Lust. Immer mit dem C, okay. Jörges Dings machen. Äh, wie weit ist denn das? Kommst du dir nach oben sonst? Ah, du kriegst es hin. Sehr gut. Das fällt mir auch zu spät ein. Okay, sehr gut. So. So, okay. Aber die Seed schon wunden, ne? Ah, ist egal. Ja, aber wir haben es jetzt ein. Ja. Das hätte ich... Das hätte ich mir wahrscheinlich holen können. Jo. Wäre ja auch keiner mit jetzt mehr. Ah, ich brauche leider noch ein wenig was für mein Item. Ich bleib da ein bisschen noch. Okay, ich habe jetzt auch mal eine ulti. Yeah. Okay. Okay. Okay, let's go. Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay. Okay. Okay, let's go. 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 Okay. Okay. Jinx ist miss. Dammit, ich habe den. Jinx ist bei mir mal bitte unterwegs. Kill den Jurek. Nice. Good job. Äh, Meister ist miss. Aufpassen, Tobi. Ihr könnt auch rumkommen. Ja. Er ist hier. Er ist hier bei mir. Halt ein bisschen auf. Boah drin. Watch here. Okay. Schade. Amelie hat übrigens geflasht. Sehr gut, sehr gut. Alter, wie viel Schaden die schon macht. Oh, die hat erst einen Kill, was ist das? Amelie ist wieder da. Okay, muss raus. Schön. There we go. Äh, Flash von Seju raus. Ich bin von Meister raus. Good job. Nice. Sehr schön. Okay. Nice. Nice. Super. Äh, Seju ist gerade noch. Openly. Oh, okay. Herod bitte. Äh. Einfach. Meine Ulti versaut. Hey. Wir haben sie gekriegt. Nee, nee. Du hast versucht, protected. Du hast sie protected. Genau. Man muss sie positiv sehen. Wir möchten jetzt konvenen sie. Das war alles meine Strategie. Ich wollte sie eigentlich verwirren und so. Okay. Ah, sie hat doch schon Schuhe ausgebaut. Du hast noch keine genommen. Ja. Okay. Alles klar. Dann hau das so. Äh, ich geh auf jeden Fall her bei mir. Sie ist oben auf der Topside jetzt auf einmal. Tu wie? Mal fassen. Sie hat noch Ulti. Gleich damit. Ja. Ich bin aber auch ein dummer Dummkopf, ne? Ein dummer Dummkopf? Ja. Was ist ein schlauer Dummkopf? So. Wahrscheinlich hätte er die reaktiv nutzen sollen, die ultimiert gerade. Oder beurte zumindest. Nee, nee. Ich hab, ähm, nur halb committed und deshalb, äh, das schlechte von beidem bekommen. Aber es hat trotzdem funktioniert. Ah, okay. Okay, so ein Ding ist das dann. Alright. Ja. Ich liebe Gott sein. Digga, dieser scheiß Milo. Oh, schade. Es was. Man wird nur gemopft von dem Auf. Ja, ganz ehrlich, ne? Er hat aber nur den Q, wenn... Okay, er hat auch den E, ne, aber… und ja die ulti ja stimmt ja ich hatte komplett unten das mache ich gerne einfach einfach nicht mit ihnen unten halten und schauen was ich machen kann dominanz beweisen ist halt einfach echt so ich weiß nicht wenn ich sie ulti glaubst du krimierst du kommt ab wird es einfach kleines noch schein ich mach dir irgendwie shenanigans jungles seinen eigenen journal weg als ich dachte wer noch mit gewesen hat meister geültet ja ja auf mich ich muss runter ich bin in 20 sekunden da er hat den weg auf gehalten aus tschuldigung war tatsächlich echt nicht mein ziel vielleicht das passing hat hat ihn geklaut was jetzt nicht ob du da stirbst wenn ich lebe ich bin glücklich wenn ich lebe dann kriegst du das ist die er würde am liebsten gerade meine ganzen käse einfach gehen weil ich die nicht brauche er habe zu viele für die minute das bringt leider noch viel die habe ich nicht gesehen nehme ich auch nicht jeweils die war jetzt einfach beim dachten in your face er war da die c2 ok keine weh leider und der meiser ist noch mitte ist eine sache ja ich kann dir eigentlich wo ich sehr gut der mit streisen ja was war das alles das ist ja wenn es ja wenn es drei leute gewesen wären ist aber den jurek habe ich da nicht verdankt gelöst aber ganz ehrlich wäre das cdu gewesen wäre das million den jurek noch gewinnen verfallen aber meister kann mich so dasselbe ich kann da nichts gegen machen ich glaube ich muss das wirklich was ich kann mir entgegen das können wir machen tatsächlich dies war ja jinks 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 auch schön was drauf bp mitte das ist meiser meiser mitte die kommt raus alles gut sehr gut vielleicht ich sehe du kannst flash sehr schön ich geh weg mein mann am ohne fertig ich habe kann ich weiter aus aber die jinks unser leben wir auf der zweite gibt es nicht der ist noch an arbeit mit 206 jahren oder so wir jetzt sind 72 plus minus für viele neue mitarbeiter wie die mitarbeiter haben wir vor kurzem erst welche entlassen und meinen ganzen ganzen schwung es gab einen kleinen debatte wahrscheinlich war die so ist es immerhin etwas mit wird jetzt gleich wahrscheinlich okay man ist auch gleich aus mutter nicht tot sehen das machen ja 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 absolut absolut auf wie du anscheinend damit wir können das weitermachen ich habe so viele mensch bekommen obwohl ich zwischen den tagro gedroppt habt es richtig dreist wir gehen zum drake top lane ist gut für kaiser ein bisschen schaufel auf den kopf kriegen ja gut mein gott was waren das kaffee in den mitteln auf mich gute frage glücklicherweise konnte ich gerade noch irgendwie an ihm vorbei so mit meiner wehen so wichtig gewesen ja gott sei danke super super hat sich probiert ja schön sehr sehr gut wenn du möchtest und kommen rein also ich hab schon wieder ja okay ja 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 ich habe hier ist es also nicht ja ich werde und und ja ich ja ich ja ja ich ja ich ja ich ja ja ich Du musst ja ein bisschen aufpassen gerade mit der Seju. Dicke! Seju hat Ui draus. Sehr gut. Und ihr? Nice! Barron, Barron, Barron. Ich komm einfach so, oder? Ich push mit dir, ich push mit dir. Du krieg direkt ne Seju Ui der V... Ja, sehr schön, good job. Die wollte dich halt. Ja, ich hab mein Bestes getan, um die Seju zu nehmen, um zu nähen. Schön. Okay. Okay, wir haben die nächste Zeit dann Protectors ab, das ist super. Wenn das geht, gehst du einfach wieder raus, tu wie ne... Ja. Perfekt. Oh, läuft gut! Läuft gut, läuft gut, läuft gut. Ich hab ein bisschen Angst davor, dass ich meinen Shutdown verliere und jemand von dem Fett wird. Ob die katholische Weise die Jinx. Aber es ist gar nicht mehr schlimmer jetzt. Hier heißt ein Interspinter. Ja. Das stimmt. Müsst du gut. Jo, danke sehr. Geh lauf. Geh. Dann geh ich, denke ich mal, gegen Iorix sogar tatsächlich unten. Spiel doch mit mir. Du hast alle... Hm? Ah. Meine Minion-Wave. Sorry. Hast du die einfach geklaut, oder wie? Die hat eine Kuh eingestellt, die ist einfach verschwunden. Ah. Immer diese Supporter heutzutage. Ah, Milo-Tag. Immer diese ADCs. Mit Lena. Mit Lena. Nicht, Tobi. Oh nooo. Nee. Warte ich nicht wieder. Milo ist Mitte. Hm. Und Jinx auch. Mö. Tobi. Ist das nicht da? Ist das nicht da? Ja. Hast du den schon mal raus? Ah, ja. Sintur ist Matte. Wolle ich grad ... Matte. Matte? Eine Yogamatte. Sie ist Matte. Okay, heilige Scheiß. Ich wusste gar nicht, dass sie Matte ist. Weiß, anni. Die Mattefrau. Die Mattefrau. Ja. kommen sie wird doch bestimmt nicht stärker ja ich kann botlen erstaunlicherweise den holen wir uns mit ja ist gut dann komme ich klar da bin ich kriegst du was waren das bitte da wollte ich auf nummer sicher gehen auf dem boden geklappert noch ich sag dazu nichts da habe ich das schnell gemütet knapper als ich wollte der jürgen fühlt schon wehen auch nur weil er mich in den catch run verhält und nicht raus kommen ja zu wenig schüsse ja ich hab fünf minuten vor drei gott die fünf minuten er hat auch keinen mehr brauchen wenn wir schon schön die holen wir uns die holen wir uns ja zack 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 sehr gut oh ja links down ich denke auf dem turm auf dem turm ich bin auf dem weg ich brauche noch ein bisschen sehr schön sehr schön clean gutes game sehr cool wie es immer hätte sein sollen perfectly balanced haben die jetzt aufgegeben oder ja ja dann spielen wir noch ein auf dem turm ihr wisst ihr wisst mir geht halt es ich